Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute möchte ich euch präsentieren ein sehr schnelles Zeug für die Pfannenpizza und die packe ich heute aus mit fertigen Tartillen. Und das geht wirklich sehr schnell und könnt ihr belegen nach eurer Lust und Lernen. Ich finde es auch mit dem Energie sparsamer, weil wir machen das in die Pfanne, nicht im Backofen und sieht dann alles so aus. Schaut ihr, mhm, dünner Boden, Knutgriff und leckerer Billard obendrauf. Sehr sehr lecker. Und wenn ihr Interesse habt, wir haben es heute zubereitet, dann bleiben sie bei mir und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß und danach ein guter Appetit. Für diese Pfannenpizza brauchen wir gar nicht viel Zutaten und geht sehr sehr schnell. Die Tortillen kann man immer zu Hause haben, wenn man was schnelles muss, zubereitet. Aus Tortillen kann man viele unterschiedliche Gerichte machen und das zeige ich heute. In meinem Fall habe ich 25 cm Tortillen und natürlich muss man die anpassen an die Pfanne. Es gibt auch kleinere Versionen. Die Pfanne können wir schon auf den Herd stellen zum Aufwärmen und dann für die Fühlung könnt ihr unterschiedliche Sachen machen. Ich nehme heute ein paar gefrorene Pilze. Ich kaufe mir Pilze, wenn die im Angebot sind und schnippel mich die so zurecht und friere ein. Und wenn ich zum Beispiel jetzt wie heute Lust habe und brauche nur zwei, drei Pilze. Dann muss ich nicht in ein Geschäft gehen und kaufen und dies und das. Da habe ich die gefroren. Einfach eine Hand voll genommen. Dann habe ich mir noch Tomatenscheiben vorbereitet. Für eine Portion brauchen wir zwei Eier, bisschen Käse, weil mir ungefähr so 60 Gramm war. Dann habe ich hier Babyspinat und bisschen Filzsalat. Gestern war ich im Garten und dann habe ich bisschen schon was gepflückt. Als Pizza ist, kann man dann Tomatenketchup, Tomatensoße, ich habe mir einfach Ketchup mit Rimmolade gemixt und das wird meine Soße. Und dann bisschen Öl zum anbraten, Salz, Pfeffer, Pizze, Gewürz, fertig. So und wir können jetzt schon ans Herd gehen. So die Pfanne haben wir jetzt gestellt. Die Pilze gebe ich erstmal in die trockene Pfanne, egal ob die gefroren sind oder frisch. Und braten wir erstmal ohne Öl, dass die Feuchtigkeit schneller wird verdammt. In dieser Zeit können wir schon Ei verquälen und Salz und Pfeffer dazugeben. So habe ich jetzt das Salz und Pfeffer noch dazugegeben. Gut verquälen und schauen nach unsere Pilze. So wenn wir merken, dass die Feuchtigkeit ist schon ausgedankt, werden wir bisschen Öl dazu geben. Nochmal kurz mit dem Öl einbraten, nach gewünschter Bräune, wie ihr es gerne mögt. So, plass machen. So machen wir mit. So, das reicht schon. Ich möchte nicht, dass die zu braun werden und gebe ich jetzt den aufgeschlagene Ei drauf. Der Ei muss überall drauf kommen und werden wir sofort unsere Tartille drauf machen und bisschen die andere. Und auch die niedrige Stufe nicht zu stark den Herd einstellen. Einfach so lange sozusagen braten wir das Ei und dann wird so fertig. Nicht mehr flüssig. So, das geht ziemlich schnell. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig umdrehen. Nehmen wir auch vom Herd runter, dass es nicht anbrennt und belegen wir erstmal unsere Pizza. Geben wir jetzt die Hälfte von dem Käse. Dann die Tomaten. Kann man auch Wurst jetzt dazu legen, zum Beispiel Schinken oder Solane. Dann nochmal Käse. Und die Tomatensoße. Ihr könnt entscheiden oder erstmal Tomatensoße macht oder wie ich einfach oben drauf. So, jetzt noch bisschen Pizza Gewürz und unser grünes. Die Bibelspinat und Feldsalat habe ich genommen. Kann man auch Rucola nehmen. So, jetzt Deckel drauf und stellen wir wieder zurück auf den Herd zum Fertigbacken. Ausbacken lieber auf die mittlere Hitze. Und so ungefähr 5-6 bis 8 Minuten. Wird das schon reichen. So, es sind jetzt schon 7 Minuten vergangen und jetzt können wir unsere Pizza servieren. Schaut, wie toll sieht das aus. Wählen wir noch. Dann Parmesan oben drauf streuen und genießen. Geht so schnell. Alle höchstens 15 Minuten und ihr habt eueres Essen auf dem Tisch. So und jetzt schneiden wir uns natürlich ein Stückchen ab. Schaut. Mhhh, ist das lecker. Versuche auf den Teller festzuhalten. So knusprig ist die unten. Deswegen danach ausbacken nur auf die niedrige Stufe, dass euch unten nicht verbrennt. Sehr, sehr lecker. Sehr saftig und schnell. So liebe Freunde, sind wir heute wieder mal fertig und ich hoffe es wird euch gefallen. Besonders für die, welche nach der Arbeit kommen und muss meine schnelle Familie satt machen. Dieses Rezept ist wirklich perfekt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Einen guten Appetit wünsche ich euch danach. Wurde mich sehr freuen über eure Daumen hoch oder Kommentar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.